Herzlich Willkommen in Fislaris. Das war zu viel Wind. Und deswegen sieht man auch nicht mehr, ob es windet oder nicht. Weil das Ding sich einfach mal komplett drum gewedelt hat. Was denn das für ein Scheiß. Ja, bei den Bedingungen kriege ich das Ding hier nicht. Könnte ich kotzen. Eben die ganze Zeit, wo ich keine Eier hatte. Jetzt hätte ich mich gedacht, dass das hier so einträgt. All die Schwede. Ach, Mann. Könnte ich kotzen? Willkommen ein Fislarer. Ich werde ein Fislarer gehen. Wie ist die Fische Kuh? Langsame Kuh? Ist das so j headed? Sehr schön. Ich werde ein Fische Kuhniff und Dr. Kuhniff. Um Tieren zu hören. Um Tieren zu hören. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wenn einer vorfährt weiß man den speed aber bei dem einen table hatten wir beide ein bisschen wind soll ja nur spaß machen fährst du weiter ja 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 Schlauern Untertitelung im Auftrag des ZDF So, Das war's für heute. hier unten schlagen die bremswellen ganz schön zu meine Hände Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Alter Schwede Nicht gedacht, dass die rote so akku zieht. Das war die Führstrecke in der Haus. 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 Das war die Führstrecke in der Haus.